So, ich hoffe jetzt, dass die Musik leise genug ist für Mega Man. Ich muss sie wieder neu einstellen, weil der Emulator irgendwie nicht so wollte wie ich. Also das habe ich gestern ja schon ein paar Mal versucht aufzunehmen. Wow! Deswegen kann ich das schon ein bisschen. Hoffentlich, dass ich es noch kann. So. Wieso ist der jetzt schon da unten? Der hätte eigentlich noch nicht da unten sein sollen. Jetzt kann ich nicht auf ihn da unten springen. Das ist schlecht gewesen. Okay. Nächster Versuch. Ich habe es gestern allerdings noch nicht geschafft. Ich bin immer bis Gutsman gekommen und Gutsman hatte mich dann nicht so lieb. Ich habe jetzt nur Leben. Eigentlich macht es keinen Sinn. Probieren kann man es. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und es klappt. Wäre wünschenswert. Oh, das war zu bald. Nein. Wow. Jetzt kommen diese fiesen Viecher. Genau die hier. Die ich nicht kaputt machen kann, weil ich zu dumm bin. Da kommt noch irgendwo einer. Da kommt noch irgendwo einer. Ich kann einfach nicht ausweichen. Oh, jetzt kommt noch einer. Ich schaffe es nicht, ohne nicht getroffen zu werden. Ich schaffe es einfach nicht. Gut. Wir möchten hier runterfallen. Deswegen. Und dann treffen wir uns. Und möchten... Oh nein, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst. Natürlich habe ich mein Leben wieder verpasst. Scheiße. Oh Gott, der ist jetzt schon oben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass der jetzt schon oben ist. Und das war auch nicht gut, dass ich wieder 0 gedrückt habe. Ähm. Jetzt habe ich das wieder eingestellt. Scheiße. Wie kriege ich das wieder weg? Schlecht. Ganz schlecht. Ich weiß nicht, welche Taste es ist. Ich weiß nicht, welche Taste es ist, die ich da drücken muss. Um die Pause wieder zu beenden. Dieses nicht. Dieses. Mist. Ja, das war, wie gesagt, die falsche Taste. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe hier noch ein bisschen Energie zu holen, bevor hier vielleicht... Nein, das war keine Energie. Das war auch keine Energie. Nee, wird nicht. Das heißt, ich kann mit dieser Energie jetzt zu Gutsman gehen und mich wieder... Wow, danke. Ein bisschen Energie. Und mich wieder sterben lassen. Okay. Ich weiß nicht, ob er gegen die Katz verwundbar ist. Ich glaube, es war nicht die Katz. Ich glaube, es war irgendwas anderes. Shit. Habe ich nicht aufgepasst. Na gut, probieren wir es mal. Wir werden es gleich sehen. Ich darf hüpfen und dann darf ich... Ah, wie... Wieso? Dann wie prätzt die ganze... Okay, so muss ich ausweichen im Prinzip. Nein, das tut ihm nichts. Ach, jetzt habe ich schon wieder Leertaste gedrückt. Ich drücke immer Leertaste. Das ist Mist. Das geht aber gerade ganz gut. Und jetzt muss ich ausweichen. Nein. 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 Hüpfen. Ja. Hüpfen. Immer hüpfen. Oh Gott, ich könnte den jetzt noch kriegen. Ausweichen. Nein. Ausweichen. Ausweichen. Oh Gott, das wird eng. Oh Gott, das wird eine ganz enge Kiste. Oh mein Gott, ich habe ihn gekriegt. Uff. Ich habe ihn gekriegt. Wow. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Boah. Das war echtes Glück. Okay, Save State. Wir machen dann, glaube ich, mit Elec Man weiter das nächste Mal. Ähm, Save State. Wie ging das jetzt? Das und das. Ja, State Safe 0. Okay, wenn ich jetzt hier hochgehe und den laden möchte. Mal gucken, ob er runterspringt. So, Elec Man müsste jetzt springen. Ja, okay, es ist gesaved. Schön. Äh, Video beenden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.